Hallo! Da ist er ja nicht Robbenbox28 zu einer Runde CSGO. Mit Gino. Ganz alleine. Okay. Okay. Alles klar, Digga. Alles klar mit Chama. Oder mit Eligato aufnehmen, ist ja nur die beste Idee. Ist schon übrigens fast jeden Tag auf twitch.tv slash byl. Sorry, Rohr. The Blind Decoy. Was ist hin oder wie klar? Ihr seht raus. Nehme ich mir doch mal meine wunderbare Liegel auf. Ficke damit wirklich weg. Wir haben noch sieben Leben. Ja, lang schauen. Ah, lang kommt er. Ich glaube. Alles klar. Also... Ich habe die Vermutung. Meine Vermutung war richtig, oder? Ich hoffe ihn aber nicht töten können. Heirate in der Kreflerwesen kaufen soll. In der Stadt in der Entschärfungstelle. Das ist klar, ich sehe gerade so richtig bei ihm. Das klang bestimmt. Was habe ich denn noch geändert aus? Das kannst du ja dann im Video sehen. Deswegen meine ich ja. Alter. Das kriegt hier. Hilfe! Junge, er leckt! Was ist denn, ist man da? Ich bin einfach zu... Ich bin einfach zu defensiv. Alter, schick hier! Ich gehe unten lang. Ja. So. Oder auch nicht. Warte, ich habe einen Entschärfungskid. Der hat eh bei B geplant. Let's go. Defusing the bomb. Defusing. Ah, der kann defuse geht da auch so. Rote, das Spiel nicht künstlich in die Länge ziehen. Weißt du. Papp! Er hat einen Kehl! Hörer. Hörer. Du bist der Kastelwurm. Hörer. 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 Warte, gerade die Fuse geht da auch so. Aber du musst das schnell, ne? Ey! Wegen dem schiesst man jetzt nicht auf mich, du Spasti. Ich habe dir nur 30% Leben gezogen. Verwandte den inspalten. Hörerin avocadowoofer. Das ist, die alle. Wegen dem bleib ich hier. Kommen wir von hinten So kommen wir uns auch mal Ich hoffe der Typ ist nicht mehr wütend auf mir Der ist wettenwütend auf dich Hauptsache du hast Spaß Genau Gino man hört sich hier im Video wetten fast gar nicht weil du spielst du so laut Sie können das laut reden Keine Ahnung Alter pass auf das ist ein Sniper Sechsenwarte ich hab ihn gebraucht wenn er was bestes hatte Ich hab unnichtbetrug Ah dann kommt er rechts genau Deine Eltern dich immer gewarnt haben Wo ist er auch lang? Ja Awe hat Awe verbaut Ja und Pass auf dass du nicht so viel Team Charme machst und du kick willst Hey wenn der neben dem Schuss steht ist das nicht mein Problem Wenn der mir die Vorfahrt nimmt Das ist nicht mein Problem Let's go people Sagen wir es mal so Gino Genau es ist noch meine Schuld es ist seine Schuld Aber hier Uuuuh Beste Smoke EU West Weiß er noch Ich bring flashbang Ich bring flashbang Und da ich hier Einer kommt rechts bei mir Schau mal lang Mach ich Der ist in die Mitte Der ist in die Mitte Counter Terrorist win Oh Und ihr kriegt keine Nvp in das Spiel 4 zu 0 und so Weisst du So wie gestern gewonnen Ja ja Keine Nvp Ja die ganze Zeit bestes Spielen in der Lobby habe ich keine Nvp Gemobbt ihr Eigentlich müsse ich 5 Kills stehen Teamkills zählt doch auch Smoke Point Smoke Das Spiel hat mich so wie ich Ubisoft Flashbang Einer kommt raus Was er meinte es Ja die Eier hat er mehr Da ist er Ja der kommt jetzt raus zu mir Brauchen wir es doch mal Der ist links Der ist jetzt Draußen Was für eine Reaktion Einer kommt raus Awe Ja Awe Warte ich wirf es dann Die blöden Flashbang Jaa hat mich auch geblendet Sorry Bomb has been planted Ja ich geh sterben Ich geh sterben Ich geh sterben Wo ist der Rest? Wie ich dem keinen Schaden gegeben habe Du kannst mich auf unser Team gerade machen Ja die Weisst du was sie machen? Hör mal ganz genau zu Weisst du' ich gesehen hab' Hey jetzt wollte ich schon đem PS4 Kontrolle in die Hand Ja djem Let's go people Join Smoke Smoke Komm beejsi noch bitte Ich habe das angekennen. Wie ist es jetzt, wie ein Krüppel sich gerade in der Web geht? Ich bin voll angespannt. Gehen jetzt alle runter. Ja. Ich gehe ja mal über Mitte sterben. Mach das. Wo ist denn der Mager? Eine ist doch... Eine ist Mitte. Ich höre ihn, wie er Mitte geht. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Er ist höre ihn. Ja, ich weiss. Die Bombe wurde geplant. Ja, natürlich! Der Mainz hat einen Headshot mit zwei Schüssen. Mach mal deinen Hex aus. Jetzt liegt alles an mir, oder was? Ja. Ihr seht, Treppe hoch. Die neuen Bomben-Sounds. Ich kenne es, Alter. Terroristen gewinnen. Terroristen gewinnen. Terroristen gewinnen. Neue Folge aber gehört von Robert Fuckdummy in CSGO. Komm mal. Ich meine, ein roter Pulli passt ja dazu. Blink-Down-Smoke. Oh Mann. Let's go. Komm, 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 komm. Vielleicht die kommen übers Short? Die dummen Wichser. Mindestens zwei. Übers Short? Ja, also über Mitte. Ich bin tot Short. Jetzt A. Ich camp Dumbledore, weil einer Dumbledore. Mit Hacks. Der hackt sowas von safe, wenn er durch zwei Türen schiesst. Zau. Ach, Schloch. Hauptsache, nicht meine RGP, Alter. Wo ist der? Wo ist der? Habt's doch die Tote! Habt's doch, ist weg! Meine Freundin schaut mir jetzt zu Glückwunsch Ich seh das So, ich hab gehört einfach mal an, das ist ein Spiel mit deiner Freundin da Habt, ich hab keine Freunde Nein, jetzt keine Freunde, ist nur ein Kugel, ne? Aber nur Kollegen und Kolleginnen Ach und was bin ich? Ein Kollege Ne, du bist eine Kollegin Ja, ich mein die, die Rauchgranate war auch super platziert von dir, Gene Wenn die Rauchgranate geworfen hat, dem, dem müsste ich echt In Kriegsreden Der ist echt krank Crank? Einer kommt Dumbledore Habe ihn getötet Fuckin' russian piece of shit Wo sind die Behe? Ja, natürlich bin ich deutsch, Maufucker Hast du gesehen, Gino, den Kill? Wo ist der? Gut Tauers Short Werden nicht zu bleiben Wir bleiben, schau Ruhe, bitte Alles klar Ey, Short Und dann sagt ich, wenn schon etwas Beiheblich, ne? Da, du dreckige Arme, die Fäcke, man! Ich meine, das Sieg ist gebrillt, Gino We waste you time, let's go! Blink down smoke, smoke! Ey, der ist so kept up, wie es vor der BDR heisst Wir gehen ja alle wieder über den Mittag Einer ist Dumbledore Gino Noch mal einer Ich weiss Das ist ein scheiß Kurde, der muss sterben Ich glaub da ist noch einer Flashback Da hinten im Spawn, hinten in der Ecke Ich weiss Hinter dir Spastog Bei dem Auto Da Flashback Alles klar, no Flashhack Was ich da Wo hab ich Webcam wegmachen? Dann kann ich was schlürfen Der kann doch was schlürfen Was er schlürft will er nicht verraten, aber er schlürft doch Was ich schlürfen ist Elme Citro Mhhh Wo sind meine 10.000 Schweizer Franken für den Web-Spot hier? Hahahaha Bomb has been planted Du Rose, ich glaube an dich Du schaffst es Jetzt Da weg dabei, Billet Da weg dabei, da weg Smoke organizieren Haken Guck, guck, Billet der Da weg dabei Ja die Bombe ist extra dort Ich fühl mich gerade beleidigt weil dort Meister steht Ich kenn eine die heißt zum Nachnamen Meister Ja ich weiss Ja die wollen die Person jetzt nicht weiter erläutern Das China hieß die mit vorne ne? Ja irgend so was Musste aufpassen dass ihr das Video nicht sieht Ja Erstmal Rechtsverletzung Nö Fuck off Der scheiss Kuh der will nicht drauf gehen Wie es das klingt Der Kuh der will nicht drauf gehen Und weisst du was der Typ mit bluten Haaren Blauen Augen und roten T-Shirt Nase kobold lol Nicer Name auf jeden Fall Einer kommt auch lang Also einer kommt auch lang Links sind wahrscheinlich 4% oder so des ganzen Gegners Einer kommt im Double da Also Mitte Komm mehr Mehr als sterben kann ich ja nicht Ja des Doch du kannst richtig rein scheissen Und das wäre richtig feindlich für dich Meinst du so wie vorhin wo ich am AWP facken Du Dreckiger Ja So das wollte ich nicht im Video an Cut 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 Nee Raab Du hast ne Mikrofon gemutet Was für ein Rank ich bin Ich bin derzeit Silberlite Master Silberlite Master Ja 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 HF Du bist der HF Du bist der HF Time to kill the bomb Давай Давай Dabei Dabei Weisst du wir rasten hier voll aus Nur von Bomben Und die füren Weisst du gerade ja Weit mir noch einen MVP Was ist das hier Geht man sich hier immer keine Mühe Und dann wird man auch scheiße beladen Der getrobert sich mal keine Mühe Und spielt auch noch Ja wie er immer spielt Let's go Um 13 zu 4 He 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 Wollt so scheiße Bei dem AWP facken musste ich einfach nen Headshot reindrücken Wer nix langes in der Hose hat darf auch mit Jetzt laut Ich weiss nicht aber dieser Never too fat for me Wieso ist mir irgendwie so ein bisschen obvious Elan Ich weiss nicht wie das scheiße ist Ja Schau mich nachher hat ein Einhorn als Profilbild Ah ja das ist er selber Muuu Aber ein geistlicher Mavolo Kahn Alter 164er ping 2 zu 11 Ah Alles klar machen Also 11 Tote Ja recht 2 zu 11 Killed sagt man immer zuerst bei Bei einer Kalle Ne ich habe gemeint die Deaths Ja nur weil bei dir die Deaths immer im Ding zu finden sind Im positiven Bereich Ja ja Und die Kills schon in den negativen gehen Ja ja schon minus 13 Kills habe ich Oder so wie ich Watch Dogs aufgenommen und dann hat das Mikrofon nicht aufgenommen weil ich noch gemutet war Was ist das Was ist das Was ist das Ah lange ist keine gute Idee Hinter dir Hinter dir Ja Er Er schreit richtig rein Unser Boah ey Und gib ihm Gib ihm einen Headshot Ja gib ihm eine Blankgranate Weisst du was du Dafür kriegst In totalen Krieg Ja JAAAA Ja 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 Bitte. Rush A, Rush A, Bled. Er ist tot. Kompetenz im Ganzen. Oh my god, don't play it safe. You have enough time. Russian faggot. Wird er jetzt ernsthaft safe nur wegen einer AWP? Meint er das eigentlich gerade echt ernst? Nee. Er meint das nur ernst, dass er einen kleinen Penis hat. Weil er sonst nichts langes in der Hand haben kann, spielt AWP. Er muss doch etwas nach außen kompensieren. Nee, dann wieder Autosniper spielen. Du musst es ja wissen. Na, ich weiss, in dem spiele ich auch nur M4A4. Das ist meine Lieblings-Office. Point Smoke. Ich glaube, ich komme. Hauptsache, ein Kill. Hä? Ich habe gemeint, er hat einen Kill. Kommen, Kollege! Kommen, Kollege! Kommen, Kollege! Wohho! Wuhuu! Wuhuu! Danke, Regina, dass du meine Waffen nimmst. Die kriegst du aber nicht. Wieder! Ich weiß, ich habe ja auch gegen ihn. Hartz 4. Ich glaube wir spielen defensiv jetzt, oder? Wir haben einen Bot im Team. Mit den Shorts. Die Bombe ist an. Einer kommt mit dir, genau. Der nächste Dreh. Der nächste Dreh. Ja komm, vorher killte ich mich nicht. Wo war der mal da gerade? Unten. CT. Hier haben wir ja eigentlich einen Dreh-Short. Smoke! Er spielt schon so richtig... Ja, ich geh gleich sterben. So später. Der Malaga. Lass ihn hochkommen. Grenade out! Counter-Terrorist win! Ich krieg noch Hit. Ah, letzte Runde, gell? Ja, das letzte Runde, das hab ich wohl gemerkt. EP 250, mit der spiel ich einigermaßen gut. Rushby, Geist. Rushby. Und was kann das liegen, dass das so ist? Mit der was? Ah, natürlich. Eine deutsch-schweizerische Provokation. Die P 250. Jetzt weiss ich, wieso das mit der was trifft. Ich camp ihn mal hier hinter der Tür. So wie immer. Wir stoppen die Bombe. Läu. Der Schuss war wirklich okay. Eine kommt doppelt da. Ja, renn da rein, Bot. Eine ist drin. Der soll doch im Stunt sein. Alles klar, er ist direkt auf meinem Kopf. Kommt der? Ich hab Angst, wenn ihr jetzt da durchgeht, wie ich sterbe. Was ist denn dein Problem, Junge? Normalerweise. Lol, was ist denn dein Problem, Junge? Plötzlich ist er so gut mit Pistole, ja? Ey, wo er regelt, Alter? Oder. Da kommt der über unten, CT. Ne, er kommt von rechts. Er will einfach nicht sterben Was ist mit diesem Spastox los? Warum ist der Disconnected? Check ich nicht Kein Bock mehr auf mich Lachen, ne? Da kriegst du echt Kopfschmerzen bei Ich hier? Ich hier? Ich weiß auch wen den CSGO der übelste Abfucker Du bist der übelste Fucker, ja Was mit Fucker hab ich noch gehört Einer kommt Dumbledore wie immer Ey der Typ hat Der hat sowas von an Sag es einfach nur weil ich mich triffe, so oder so Ey der hackt Das spielt mir ein bisschen zu obvious Das Problem ist, ich kann die Illegator nicht ausblenden Sonst würde ich auf seinen Account gehen Ja gehen wir einfach auf seinen Account Da ist die Tür Da ist die Tür Hahaha, ich halte da rein Da kannst du mir erzählen was du willst, das spielt nicht weiter Du gehst es schon mal auf der Tür Dann schlιάst du nicht Böp Ich habe eine Wegefe, 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 ich habe eine Wegefe ich habe in der Mitte ist einer der ist tot in der Mitte ist noch einer also ich höre irgendwo einen ob der Mitte ist oder auch lang ich komme nur über Short, das ist Short-Designer er springt runter ach, bei B sind auch welche dann gehen wir zu A ok, nice, noch einer dass der gewusst hat, dass ich da oben stehe? ja, die spielen ganz 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 komisch City, watch City ich bin schon wieder seit 45 Minuten am Stream, alter der fuck der Uprank wäre mal ganz cool auch lang Alter, der war cheatet, oder? der Cheato ich bin schon wieder seit 25 Minuten am Stream ich bin jetzt einfach ein Cheater ja, ja cover this area hold here ja, bei dem weiss ich nie du ob wir ist Cheater ja, ich bin jetzt, ich bin so letztlich dass man schon mal an der Cheater im Anschluss habe ich noch etwas wenn der O-Datto dass ich dort immer durch die Mitte geht, ich verletze ich nicht Double-Dack kommt eh immer einer Flashbank habe ich so ein P90 genommen weil, Baum weil P90 steht ja für Pro-90 P90 f**kt Arsch Mitte ist da einer, ja Ich weiß Ich weiß nicht, dass ich hier bin, weil ich in der Ohren bin Kundmeister Die Arsch schlägt ein 350, du Muttenwurst Schau nochmal mit da Der ist hier Der ist direkt Der ist Doppeldu Der ist mit Ja, komm Jedes Mal ins Dreckiger Wichser Das sind richtig kranke Dass man mit der Waffe überhaupt trifft Die sehen wohnen da Pff 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 Die Leute sollen meinstellen, dass maximale Ping 70 ist Pff 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 Ja, was machst du? Da kommt ein Gegner Pff Pff Winga Brasilcher weg ist über den wichsern weiß man nie alles klar also nach der runde spiel ich sicherlich keine neue kein bock auf CSGO grad woher bitte er freut sich wie so ein Formel 1 jooooooooooooooooooo aber der war auch knapp g da im 5wp alter das ist mein herzt rast Ich wusste ja, dass er einen A lang kam. Ja, um mir in den Schuss zu laufen, das ist nochmal geil. Ich weiss, ich habe schon wieder so einen Hitmarker, dass ich 1,2 Kf habe. Was ist denn das für eine Scheisse im Herd? Also ich finde das Gegenteam, ich fühle sie cheaten richtig gut. Komm den hol ich mir. Du bist am Schauen noch so defensiv wie du. Ja, ja. Gino, ihr abgehörtes Scoreboard, Regel? Ja, wir haben noch 1,2 Runden. Move, move! Ja. Du weisst Gino, die erste Runde, die Regel. Die Regel bei mir. Double Door, Double Door, 2. Verpiss dich, erster. Verpiss dich, zweiter. Scheiss Kack-Burder. Mit den sind... So, mach hallo einen Lutschen, ey. Glaubst du es? Komm, ich lasse mich killen von einem Sniper, weil ich es kann. Oh, ich habe den Sniper gekillt mit Headshot. Der Sniper lohnt Schwanz, Alter. Im Knast der Wasser. Plant A. Oder noch Marzo. Ding, fast positiv. Das ist schon mal das, was ich erreichen möchte. Ja, ich bin auch positiv, Gino. H.I.V. positiv ist das. Ja, ja. Schau mal, wie H.I.V. positiv das bin auf dem Skor. Das ist schon noch Eifer. Okay, wir sind immer da. Schau mal, was auf der Ball ist. Ich werde ein Granades auf dem Schaden. Schau mal, look. Schau mal. Einer kommt. Ja, komm. F*** dich. Hi. Ah, er kann ja den Bot steuern. Hupala! Ich bin immer noch besser auf die Ende, glaube ich. Ah, Level 12. Wow! Ne, au! Ne, au! Ich bin Level 21. Wuh! Und ich bin Level 12. Das heißt, ich kaufe mir einfach mal eine Prepaid-Karte und dann gibt's Prime-Match-Making. Ah, das haben wir auch gekriegt. Ja, also ich hab noch nicht bekommen. Lass uns was anderes spielen.